Da ist schon einmal die Frage des Formats. Ich drehe immer in Cinemascope. Hier haben wir sozusagen ein kastriertes Cinemascope. Das Cinema nehmen wir weg, es bleibt Emasco. 16 zu 9 ist weniger als 1,85 zu 1, typisch für eine gewisse Epoche. 16 zu 9 ist letztlich nicht Fisch noch Fleisch. Ich mag ja das quadratische Bildformat aus den Anfangsjahren des Films sehr gerne. Das gibt eine ganz eigene Bildgestaltung. Oder eben Cinemascope. Naja, jetzt hat man sich also für 16 zu 9 entschieden, aber das ist für die Bildeinstellungen irgendwie so ein Zwischending. Bei den Einstellungen und bei der Verwendung der Totalen versuche ich, dieses Universum des Kinofilms auf den Fernsehschirm zu bringen. Aber eben nicht nur in den Bildeinstellungen, sondern auch in der Narration, durch die Organisation der Szenen. In vielen Fernsehserien, nicht in allen, aber doch in vielen wird sehr vieles über die Dialoge erklärt. Während man im Kinofilm mit Bildern erzählt. Film ist normalerweise ein visuelles Medium. Gut, auch da gibt es andere Traditionen. Aber grundsätzlich ist das wichtig fürs Erzählen der Geschichte. Ich versuche also, auch das in die Art, die Dialoge zu filmen oder sie eben nicht zu filmen, einzubringen. Also im Fernsehen auch mal ohne Dialog zu erzählen, echte Filmmomente zu schaffen. Das steckt nicht im Drehbuch. Das muss man aktiv einbringen. Filmregisseure machen das sehr oft. Sie setzen das Drehbuch um, um visuell erzählen zu können. Genauso ist das auch bei Fernsehserien. Doch da ist alles sehr streng durchgetaktet. Man muss diese Räume erst finden. Man muss sich dazu vorher Gedanken machen. Und dann ist da auch das Casting. Für Marseille zum Beispiel habe ich versucht, Filmschauspieler wie Gérard Depardieu und Benoît Magimel zusammenzubringen. Im Kino waren die noch nie zusammen auf der Leinwand. Jetzt erlebt man sie gemeinsam im Fernsehen. Und auch die Wahl der Schauplätze, die Art, sie zu filmen, kommt dazu. Bei Marseille fand ich, dass die Stadt Marseille die Hauptfigur der Serie sei. Ich habe also immer wieder versucht, Marseille hineinzubringen in diese Serie. Wir sehen immer wieder Ansichten der Stadt. Marseille wird zur Serienfigur. Die Schauplätze und die Ausstattung wurden also bewusst ausgewählt, wie man das auch für einen Film macht. Ich habe im Kopf keine Trennung zwischen Film und Fernsehen vorgenommen, aber ich habe mich darauf eingestellt, dass es in einer Fernsehserie viele Dialoge gibt, während man im Film versucht, das zu reduzieren. Ich arbeite für ideale Projektionsbedingungen. Wir machen gerade den abschließenden Tonmix. Die Normen sind da fürs Fernsehen nicht die gleichen wie fürs Kino, was die Dynamik angeht, die Raumwirkung und so. Naja, aber wenn man sich das dann auf dem iPhone ansieht, dann ist es mit Stereo nicht weit her, Dynamik gibt es nicht. Ich arbeite genau wie für einen Kinofilm. Und dann machen wir einen Mix wie für eine DVD. Also eine Reduktion des Originals, die aber die gleiche Resonanz, die gleiche Sensibilität erzeugt wie die der, ja, Kino-Version. Das muss man also von vornherein einplanen und daran arbeiten. Der Zuschauer, der das dann auf seinem Home-Cinema-System sieht, in 5.1 oder 7.1, der hat den Eindruck im Kino zu sein. Ich habe einen LED-Fernseher. Ich habe vier Stunden gebraucht, um den einzustellen mit meinen Filmen. Irgendwie wollen alle immer den super Kontrast und die super Lichtstärke und die super Farbsättigung. Da hat man manchmal den Eindruck, wenn man einen Film anschaut, der sei mit einer Videokamera gedreht worden, und zwar mit einer schlechten. Ich finde, da machen wir aktuell Rückschritte. Wir vergessen dabei das Auge. Wir denken, wenn wir viel Farbe, viel Licht, viel Kontrast haben, dann ist das ein Plus an Schönheit. Das mag für Sport gut sein, für Fußball, für Videogames, aber nicht für Filme. Und dann ist da auch noch der Ton. Ich habe mal einen amerikanischen Film gemacht und auch den Ton abgemischt. Und selbst in Momenten der Stille waren da immer noch 80 Dezibel. In einem amerikanischen Kinosaal gibt es keine Stille. Der Ton muss laut genug sein, weil im Saal die Leute reden, Essen und so weiter. In Frankreich ist das anders. Das Publikum im Saal bringt noch Respekt mit. Da kann man noch wirklich mit Augenblicken der Stille und solchen Sachen arbeiten. Fernsehzuschauer schauen sich das dann aber vielleicht einfach zu zweit an. Die müssen keinen lärmenden oder schmatzenden Sitznachbarn ertragen. Das hat dann eben auch einen Einfluss auf den Ton und auf die Geschwindigkeit und den Rhythmus, die heute ja auch anders sind. Also letztlich finden wir dann im Fernsehen die Essenz des Kinofilms wieder, die wir ja lieben. Wo es um Figuren geht, um Rhythmus, um Emotionen, um die vielfältigen Aspekte der Figuren. Es führt uns in eine Welt, in eine Geschichte, in bestimmte Personenkreise, all das, was früher eben das Kino lieferte. ... ... ... ...